Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Hat Prinz Harry, 38, bei der Mahnwache der Enkel geschickt die Vorschriften umgangen? Am Samstag stellten sich die acht Enkel der Queen, Kreuz 96, um ihren aufgebahrten Sarg herum, um eine 15-minütige Totenwache abzuhalten. Nach dem Abtreten von seinen königlichen Pflichten war es Harry eigentlich untersagt worden, seine Militäruniform bei offiziellen Anlässen anzulegen. Für die Mahnwache wurde eine Ausnahme gemacht. Die Initialen der Queen R trug er jedoch nicht wie sein Bruder auf den Schulterklappen. Doch bei genauem Hinsehen konnte man diese auf Harrys Mütze erkennen. US Weekly zufolge hatte sich der Buckingham Palace zu den fehlenden Initialen der verstorbenen Königin auf Harrys Uniform jedoch nicht geäußert. Diese mit ihr Freund und Familie. Danke sehr für die Videobeschreibung. Danke.